Liebe Mainzerinnen, liebe Mainzer, was haben wir alles verbunden mit diesem Jahreswechsel zu einem neuen Jahr 2021? Ich bin ganz sicher, so ziemlich das Gleiche, nämlich dass das Jahr 2021 doch bitte, bitte besser mögen werde, als 2020 war. 2020 sind wir in ein neues Jahrzehnt mitgestartet, voller Ideen und voller Hoffnung und es kam eine Pandemie. Corona hat dieses Jahr in Beschlag genommen und es hat unser Leben so gravierend verändert, wie wir das eigentlich nicht kannten vorher. Einschränkungen und vieles andere mehr hat unseren Alltag umgekrempelt. Menschen hatten plötzlich Sorgen um Arbeitsplätze und alles das, was uns so lieb und teuer war, auch als Mainzerinnen und als Mainzer zusammen sein zu können, feiern zu können, alles das war im vergangenen Jahr nicht möglich. Jetzt haben wir ein neues Jahr. Hoffentlich wird es besser, werden Sie sagen und genau das Gleiche denke ich auch. Ich finde aber, die Hoffnung, die ist auch begründet. Zum einen, wir haben in dieser Zeit von Corona und der Pandemie auch gelernt, mit dem Virus zu leben, uns anders sicherlich zu verhalten, auf Abstand zu gehen, Mund-Nasen-Bedeckung als etwas fast schon Selbstverständliches zu betrachten. Also insofern, wir gehen sozusagen etwas geübter in dieses neue Jahr 2021. Aber wir gehen auch in ein Jahr, bei dem ein Impfstoff auf uns wartet und uns die Möglichkeit gibt, wenn wir das persönlich wollen, uns auch vor diesem Virus zu schützen. Und vielleicht das Schöne, und das berührt unser Herz und das berührt unseren Verstand in Mainz, die Hoffnung kommt aus unserer Stadt. Der erste Impfstoff, der zugelassen wurde, er wurde hier von klugen Mainzerinnen und Mainzer entwickelt, er trägt weltweit unseren Namen über den Planeten hinaus. Und eine Hochleistungsindustrie, nämlich der glasproduzierenden Industrie an unserem Standort, die sind dafür verantwortlich, es ordentlich zu verpacken. Also die Hoffnung kommt tatsächlich aus Mainz. Dieser Silberstreif, den wir am Horizont haben, der soll uns jetzt in dieses neue Jahr hineintragen. Und wir hoffen alle, dass dadurch das Leben auch normaler wird und wir vor allen Dingen eines wieder erleben können, nämlich unser typisch Mainzer Lebensgefühl. Das können wir allein in unserem Herzen tragen, aber lieber noch wollen wir es mit anderen zusammen erleben und feiern. Aber auch die anderen Weichenstellungen, die für unsere Stadt wichtig sind, die werden in 2021 weitergehen. Gleich zu Beginn des Jahres lade ich einen großen Kreis von Menschen ein, über das Thema einer Landesgartenschau zu diskutieren. Ein großartiges Projekt, um die Themen von Grün, von öffentlichem Raum und von Kultur miteinander zu verbinden. Große Chancen für eine Stadt und eine schöne Einladung für die Mainzerinnen und Mainzer, sich mit der Verwaltung, mit dem Stadtrat zusammen Gedanken zu machen, wie wollen wir in Zukunft in dieser Stadt leben? Wie werden sich auch Lebensbedingungen zum Positiven weiter verändern lassen? 2021 werden wir mit der Umgestaltung des Rheinufers beginnen. Ein lang gehegter Wunsch, wir werden ihn anpacken, wir können ihn anpacken. Und 2021 wird wieder ein Jahr sein, wo wir feststellen, die Stadt wird an Attraktivität gewinnen und Menschen werden zu uns ziehen. Und das heißt, es wird uns auch beim Wohnungsbau weiter massiv fordern. Also viele neue Aufgaben, viele Gestaltungsthemen, aber wie gesagt, uns alle sollte mit diesem neuen Jahr die Hoffnung verbinden, dass es vor allen Dingen ein besseres Jahr wird, als das, was wir jetzt hinter uns lassen können. Ich wünsche Ihnen persönlich alles Gute, Ihnen, Ihren Liebsten und vor allen Dingen einen guten Start in dieses Jahr und bleiben Sie gesund.